Deutsche Hochzeiten, da ist so System dabei, da ist der DJ, der hört auf dich, wenn du ihm eine Musik-Playlist gibst, nicht wie bei uns, weil unsere Hochzeiten ähneln einer Demonstration. Ich. Meine Mutter ist brutal. Ich liebe Taginen, wenn sie Taginen kocht. Viel, viel mehr Schärfe, viel mehr Pep. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Bami Goring, Bami Goring mit Hähnchen. Genau, Bami Goring. Ich mag, wenn meine Mutter wirklich westlich kocht. So Fried Chicken, Hamburger, dieses ganze Arabische ist immer so. Wir haben uns in der Familie sagen wir mal Knastessen dazu. Linsensuppe, Bämie. Ah, schuldig. Ah. Ich. Ich find ganz klar, dass du romantischer bist. Ich. Nicht direkt. Du hörst viel romantischere Musik als ich, du machst viel romantischere Dinge für mich als ich für dich, also ganz klar du. Was für romantische Musik hört er denn? Alle meine Freunde gucken zu. Sein Lieblingssänger ist Ed Sheeran. Aber weil er gut ist. Sie bezeichnen mich immer als Öckes, das wird im Türkischen so steinartig. Nein, Ochse. Also ich finde, bei uns sieht man das ganz gut, ich hab ihm zum Geburtstag Xavier Naidoo Karten geschenkt und er zu meinem Geburtstag CEO Karten. Er hat auch romantische Seiten, er kocht gerne und er kocht sehr sehr gut und wenn er kocht, dann mit richtig Liebe und da schmeck ich immer raus. In meinem kriegst du Essen, Trinken. Ja, bei uns gibt's Geld. Also so seine Familie, egal wer kommt, es gibt immer genug Essen für alle, es wird sich total gefreut und das wird ja so generell von der deutschen Kultur eher nicht so gesagt. Schwer zu sagen. Ich mach ja so. Ich mach ja so. Okay. Ja, okay. Ist eigentlich schon so ähnlich. Ich fühl mich, mein Kürtel ist mehr offen für Gaste und mehr so mit Gaste höflicher vielleicht. Wir lachen mehr und. Weil ich immer Auslöser des Streits bin und harmoniebedürftig bin. Ich bin immer sehr stur. Ich wollte jetzt sagen, dass ich stur bin. Was? Eigentlich nicht, nein. Er ist ein Gentleman. Siehst du, wir kombinieren voll gut. Wir entschuldigen uns gleichzeitig. Ja, nee, ich wollte jetzt nur nett sein. Ja, ich auch. Nein, du, ich bin viel zu stur, das geht nicht, nein, Mann. Du entschuldigst dich oder entschuldigst dich nur anders? Ach so, ja, okay. Du sagst schon Entschuldigung, aber du kommst, du sagst und bist schon Entschuldigung. Ja, okay. Den Antrag. Ist das eine Frage? Ich? Wir haben bei meinen Eltern zusammen gewohnt und auf einmal war das Wohnzimmer verschlossen und er hat gesagt, dass das Wohnzimmer verschlossen ist, weil meine Mama ein Fruchtfliegenproblem hat und dort jetzt mit Fruchtfliegen-Spray rumgesprüht hat, also dieses giftige Spray. Und keiner jetzt da rein da für 24 Stunden. Dann wollte er sehr romantisch sein und auf dem Haneberg in Spandau, einer meiner Lieblingsorte, wollte da oben halt den Antrag für mich machen. Es hat angefangen zu regnen, er wollte mich abholen und dann sind wir ins Auto gestiegen und da war ein riesen Blumenstrauß und dann war schon klar, okay, jetzt passiert was. Dann hat er mich erst mal zum Essen eingeführt, in dieser Zeit sind dann ganz viele Menschen bei uns hingekommen und dann sind wir nach Hause gegangen und dann wurde ich überrascht. Und ich habe einen tollen Ring bekommen, ich mag den Ring mit einem roten Rubin. Also meine Vorstellungen sind Blockbuster-reif, aber Ausführungen? Also ich habe jetzt auch gedacht, dass er den Strauch gar nicht gesehen hat im Auto. Wo war er denn? Im Kofferraum und ich habe einen Smart und ich habe auch keine Klappe hinten. Ich habe so eine Tüte rübergelegt. Also es ist überhaupt nicht so gelaufen, wie er es wollte, aber ich habe meinen Antrag bekommen. Ja, ja, alles klar, er kommt zu mir. Er sitzt sich hin. Er ist sofort vor der Kauze, er war ein Heiratmisch. Er sagt so, Beza, na, dann erzählst du es deinen Eltern. Ich so, was denn? Er sagt so, ja, wir wollen doch heiraten. Was war sein Antrag? Ja, voll romantisch. Ah, ich habe vergessen, auf die Knie zu gehen. Na erst mal, wie geht es dir? Und ich so, ähm, okay. Und dann kam der Antrag und ich meinte, du musstest nicht auf die Knie gehen. Dann bin ich auf die Knie gegangen. Ja, ne? Ja. Ja. Unsere Hochzeit war überhaupt von beiden Seiten nicht typisch traditionell. Ich mag, wenn viele Menschen da sind. Ich mag traditionelle Tänze. Und generell, jetzt seitdem ich Muslimer geworden bin, stehe ich schon mehr auf große Hochzeiten. Und das ist bei ihm auf jeden Fall. Weil unsere Hochzeiten ähneln einer Demonstration. Ich werde auch als Demonstration heiraten. Ich würde sagen, du ihr. Ja? Ihr seid krasser, was Feiern angeht. Doch, ich habe mich entschieden. Deutsche Hochzeiten haben so eine ... Einfach, da ist so ein System dabei. Da ist der DJ, der hört auf dich, wenn du ihm eine Musik-Playlist gibst. Nicht wie bei uns. Ja, mach mal. Ich will den Song hören. Ich höre auf jeder Hochzeit Danza Koduro seit 20 Jahren. Die sind extrem laut, tanzen, feiern. Meine Schwiegermutter ist 65 Jahre alt. Die Frau stammt sieben Stunden auf der Tanzpiste. Meine Mutter saß nur so den ganzen Tag nach Hause, wenn sie 20 Jahre jünger ist. Musik. Sie. Indianisch und Musik ist besser für mich. Deine ist stilvoller, aber meine Mucke ist cooler. Ja, das hat so einen gewissen Vibe, ne? Ich habe schon früher Indonesische Musik kennengelernt. Auch durch YouTube und so immer rumgescrollt. Ich mag Schlager überhaupt nicht. Auch dieses eintaktige, also Viervierteltakt und arabische Musik ist viel vielfältiger, viel kompliziertere Rhythmen und es macht einfach mehr Spaß. Er ist derjenige, der öfters auf mich wartet als ich auf ihn. Manchmal ich brauche länger. Er ist viel pünktlicher als ich. Mir ist es total unangenehm, wenn wir uns mit Freunden treffen und wir fünf Minuten vorher da sind. Wenn ich mich mit jemandem treffe und wir sagen, 12 Uhr, bin ich um 11.45 Uhr da. Ich laufe dann lieber noch eine Runde um den Block, um fünf Minuten später da zu sein, als dass ich zu pünktlich komme. Wie nennt man das? Pünktlichkeit. Time-Syndrom oder so. Nein, das ist kein Syndrom. Doch, ich denke immer, ich habe mehr Zeit, als ich in Wirklichkeit habe. Wenn ich mit jemandem farbrede, es ist 11 Uhr, warum soll ich dann um 11.05 Uhr hingehen? Aber wir haben es gehandelt. Ich habe eine sehr, sehr harte Ansage gemacht und seitdem kriegt er es hin. Also ihr Lieben, ihr könnt gerne hier abonnieren. Hier oben kommt ihr zu dem Video für interkulturelle Paare. Und hier unten Five Souls, Schwiegereltern, Fluch oder Segen? Bombe. Danke. Applaus. Applaus.